Und schon wieder ein Teenager, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Damit ist sie das fünfte Opfer, das dieses Jahr in der Hauptstadt erschossen wurde. Willkommen in London, a.k.a. The Dungeon. Shootouts und Stabbings, unlike every other junction. Banging for their bubble, but they don't even own that. You touch one of theirs, guarantee they don't roll back. You read the headlines in the news, but they don't tell you why they go to all, so I'mma break you down for sure. Woher kommst du? Aus Depfort. Ein Ghetto-Boy, ja? Ich hab meinen Bruder gefragt, warum Peckham so'n Beef mit Depfort hat. Wenn du aus der Ecke kommst, bist du auch einer von denen. Ich liebe den Kerl! Kennst du eine Sängerin, die aus Peckham kommt? Nein, aber du könntest doch die Erste sein. Ein Aufreißer! Ich will nicht nur Sex, ich will eine Beziehung, versteht ihr? Ich geb euch fünf Sekunden, um euch aus meinem Haus zu verpissen! Eins, fünf! Das ist Witchers kleiner Bruder. Wir passen auf uns auf. Ich auf dich und du auf mich. Hätte er das Messer benutzt, hätte ich ihn abgestochen, Bruder! Woher kommst du? Mann aus Peckham, was los, brah? Lebensmütter oder was? Du kannst ihn damit nicht davon kommen lassen. Verstanden? Wer war das? Das waren deine Jungs. Meine Jungs? Ich find den Scheißkerl und mach ihn kalt. Was versuchst du zu beweisen? Du weißt, dass ich nicht zu einer Gang gehöre. Wenn jemand nicht zu mir hält, ist er gegen mich. Vergiss das nicht! Und was hat dir das alles gebracht, hä? Das ist mein Sohn da drin! Ich bin seine Mutter und niemand erzählt dir irgendwas! Warum kennst du ihn überhaupt? Um den Postelteil, den wir nicht mal kennen? Warte nicht, bis er dich erledigt! Du musst ihn zuvor kommen! Du bist die ganze Zeit hinter mir her. Jetzt bin ich hinter dir her. R.I.P. R.I.P. Das ist ein Faktor.